Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Master Builders auf dem Negativ-Kanal mit mir dem Look-Tag und dabei ist natürlich auch wieder Texas. Und ja, ähm, wir nehmen gerade die Unmod danach auf. Wir haben ein krasses Krokodil gebaut. Freut euch schon mal. Und wir sehen uns gleich. So, da sind wir auch direkt schon in der Runde Master Builders. Und was gibt es denn als Themen? Krokodil? Krokodil! Ja, Digga, richtig, richtig stressig. Also, wie fangen wir... Zwei grüne Töne, dann nehmen wir Quarz, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leim, Leim, er ist den Clay, oder? Ja. Zähne, ich würde so ein Liegen, das machen. Naja. Brauchen wir hier erstmal den Kopf hin, oder? Naja. Warte, ich mach' ein paar, mit Green rein. Und für euch Leute da draußen, es gibt eine kleine Timelapse, damit es nicht für euch so langweilig ist. Und die startet jetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.